Ja, wir im Hause Wärts haben uns spezialisiert auf die drei Technologien Vakuum-Wärmebehandlung, Vakuum-Härten, Plasma-Nitrieren und das Beschichten, so dass wir nun für unsere Kunden ein Gesamtpaket, ein Gesamtportfolio anbieten können, sprich das Härten, das Beschichten und das Nitrieren aus einer Hand. Das hat den großen Vorteil für den Kunden, dass er für alle Technologien, für alle Behandlungsverfahren nur einen Ansprechpartner hat, dass es also für uns im Hause die Möglichkeit gibt, alle Prozesse aufeinander abzustimmen, so dass wir die Bauteile von Anfang der Wärmebehandlung bis hin zum Beschichtungsprozess perfekt behandeln können, sprich der Wärmebehandlungsprozess ist bereits auf den Beschichtungsprozess hin optimiert, hin abgestimmt und es gibt somit auch keine Berührungspunkte oder auch Reibungspunkte zwischen verschiedenen Lieferanten, deren Dienstleistungen im schlimmsten Falle miteinander konkurrieren müssten, sondern wir haben hier im Hause dann die Möglichkeit für den Kunden die perfekte Behandlung auszuarbeiten. Gerade im Bereich Beschichten haben wir uns im letzten Jahr das Portfolio erweitert um den Bereich der PVD-Beschichtungen mit der P411 Anlage aus dem Hause Platit, die wir hier hinter uns sehen. Wir haben nach langer und gründlicher Suche uns für Platit als Partner im Bereich PVD-Beschichten entschieden, weil wir der Meinung sind, dass wir mit der Firma Platit, die eben auch eine inhabergeführte Firma ist, einen Partner haben, mit dem wir uns auf Augenhöhe unterhalten können, der uns unterstützt bei der Prozessentwicklung, der uns unterstützt bei den Kundengesprächen und bei den Erstprojekten und bei dem wir uns einfach gut aufgehoben fühlen. Und aus technologischer Sicht war einer oder war mit der Entscheidungsgrund, uns für die Platitanlage zu entscheiden, der, dass Platit mit der Rundkathodentechnologie einen entscheidenden Vorteil am Markt bietet. Die Katoden werden oder die Targets der Katoden werden durch die Rotation derselben deutlich effektiver ausgenutzt. Man erhält effektivere Beschichtungen. Man kann auch die Katoden sehr einfach wechseln dadurch, dass sie in der Türe platziert sind. Das waren mit Gründe dafür, warum wir uns für die P411 Anlage entschieden haben, die noch dazu den Vorteil bietet, dass man sehr flexible Schichten mit ihr erzeugen kann, dass wir sehr flexibel sind, also in der Auswahl der möglichen Schichten und dass wir eben auch sehr flexibel sind in der Art der Beschichtungstechnologie, sei es die Kombination mit der Spattertechnologie aus der Zentralkathode oder sei es die Möglichkeit der DLC-Beschichtung in derselben Anlage. Die Firma Wertz hat letztes Jahr in eine P411 Beschichtungsanlage von Platit investiert, weil sie ihr Produktportfolio um PVD-Beschichten erweitert haben. Die P411 von Platit ist eine Anlage, welche über eine sehr grosse Flexibilität verfügt. Verschiedenste Schichten und Technologien können in der gleichen Beschichtungsanlage abgeschieden werden. Das ist es auch, was die Firma Wertz von der P411 überzeugt hat. Die Möglichkeit, mit einer Anlage verschiedenste High-End Schichten für Kunden anbieten zu können. Somit ergänzt die P411 das Portfolio an Spezialprodukte für die Oberflächenbehandlung bei der Firma Wertz ideal. Die Zusammenarbeit zwischen Platit und der Firma Wertz war von Anfang an hervorragend. Der Match zwischen den Kulturen hat sehr sehr gut gepasst, weil sowohl Platit wie auch die Firma Wertz stets auf Innovation gesetzt hat und durch Innovation am Markt erfolgreich geworden ist. überprüft ein paar Punkte.